Ja, aber jetzt kommt noch das Highlight am Ganzen. Und zwar, das Highlight meines ganzen Grundstückes ist HDH, Helga, die Henne! Düm, 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 düm. Sag mal Hallo, Helga. Hallo, 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 Helga. Die ist voll die Süße, ne? Die hab ich voll gefunden und dann dachte ich einfach, komm, nehm ich die mit. Guten Tag, meine damenischen Freunde, ich begrüße euch heute zu einem neuen Projekt. Ja, das neue Projekt wird sein Minecraft Minos und vielleicht kennen die einen oder anderen das Projekt Minos schon. Es ist einfach ein Community-Projekt und bevor ich jetzt weiter erzählen anfange, begrüße ich heute meinen heutigen Gast, den lieben Maulwurf. Hallo, buddl, buddl, buddl. Du hast auch übel den Maulwurfkopf. Echt jetzt? Schön braun, mit den Haaren. Läuft auf jeden Fall. Ja, wir sind hier in Minecraft Minos und ich werde es hier mal ganz kurz erzählen, was überhaupt Minecraft Minos ist. Minecraft Minos ist einfach so ein Community-Projekt, das nicht Vanilla ist, sondern mit ein paar Mods. Hier, seht ihr das alles? Hier sind ein paar Zusatz-Items einfach dazugekommen. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und es ist einfach so ein chilliges Projekt mit verschiedenen YouTubern, sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, ich glaube, wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt hier mal so eine kleine Stadtführung zusammen mit dem hier Stadtverwalter machen. Ja, richtig krass. Wir machen es ganz kurz. Hier ist eine Farm, die ist, ich weiß nicht, ob die öffentlich ist. Hier wohnt Truti. Das ist auch ein sehr schönes Haus. Hier wohnt jemand, der unbekannt ist. Also da wissen wir nicht, wer da wohnt. Und hier wohnt Montemont. Also wenn ihr jetzt nicht wisst, wer das ist oder so, dann könnt ihr natürlich in der Videobeschreibung gucken. Und wir haben nicht so viel Zeit, deswegen komm mit jetzt. Ja, ich renne ja schon. Hier wohnt halt so ein bisschen, ja, neu gebautes Haus. Nein, das steht da irgendwie schon seit dem ersten Tag, aber wir wissen nicht, wer da wohnt. Ich denke mal, da wohnt Kille oder wohnte Kille. Und hier wohnt auch irgendjemand, den ich nicht kenne, aber der hat richtig cool gebaut. Ich glaube, das ist Palo. Das ist richtig schön. Könnte sein. Das ist da. Das Haus ist mein Lieblingshaus. Ich finde das so geil. Das Haus ist auch richtig schön, aber ich weiß auch nicht, wer da wohnt. Da habe ich halt nur in den ersten Folgen so gewohnt, aber ich bin mir halt nicht sicher, wer das ist. Ich dachte, es ist Demlak, aber die wohnen ganz woanders. Ja, ne? Äh, jo. So. Dann könnt ihr hier noch mitkommen. So, nämlich ist es hier, dass hier noch ein weiteres Haus gebaut wurde. Da weiß ich allerdings auch nicht, wem das gehört. Das könnte irgendwie Flutzraue oder so gehören. Hier hat früher Demlak gewohnt. Demlak ist Obdachlosenheim, aber es gehört jetzt Obdachlosenheim, aber es gehört jetzt Opti, das Haus. Da wohnt er jetzt als Bürgermeister. Und, ähm. Das ist so ziemlich die Stadtmitte, also hier orientiere ich mich immer. Das ist die Mitte von der ganzen Stadt. Ja, ne? Weil er Bürgermeister ist. Hier ist so ein Weihnachtsbaum, wo das Minecraft crash, wenn man den anguckt. Und, was kann ich sprinten? Ich muss was. Achso, hier. Ist hier echt difficult. 3 eingestellt. Keine Ahnung. Das ist Hardcore auch nicht, oder was? Hey, ich will hier so schnell essen. Unnormal. Ja, keine Ahnung. So, hier ist so ein Brunnen. Hier war früher auch ein Dorf, aber das Dorf ist halt abgebrannt. Wo bist du? Ja, wer wohnt da unten? Da glaube ich jetzt nicht. Ja, warte, hier unten nochmal. Hier ist so eine abgebrannte Mine von Vom. Also Vom, 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 hier hat früher Truti gewohnt und auch angeschrieben. Das ist so schön. Das ist so schön, das Haus. Das ist wirklich richtig schön, bis auf das hier. Das ist halt erst explodiert und danach ist es abgebrannt. Ja, das ist eine sehr traurige Geschichte, aber es tut uns leid. Ja, und hier übrigens habe ich, hier ist noch so ein, hier wohnt der Baba. Der Baba? Steht hier aus dem Schild. Bist du nicht, oder? Nee, hier wohnt Papaya. Papaya. Da darfst du nicht reingehen. Achso, sorry. Hast du mal das Schild gelesen? Hä? Hier wohnt Baba? Nein. Copyrights, Reserve, Copyright owned by Papaya. Ja, man muss erst fragen, ob du da reingehen darfst. Hat er mir genau gesagt. Der will aber noch ein neues Haus bauen. Das ist das, was hier auf dem Berg steht, glaube ich zumindest. Und ja, da könnt ihr noch kurz mitkommen. Dann will ich noch sagen kurz, wo ich wohne. Hier, in diesem Haus hier. Das ist nicht so wichtig. Was hier, der läuft da einfach um auf meinem Dach und auf dem Schnee. Ist das Opti? Ja, läuft bei ihm. Hallo. Und ich weiß, was ist der da? Ich muss das schreiben. Und ihr könnt ja noch kurz gucken. Ganz da hinten, ich weiß nicht, ob man es von hier aussieht, aber wenn man von hier mit Optifine ranzoomt, da siehst du da ganz hinten im Berg so eine Glasfrau. Ja, ja. Da wohnt Mav. Das ist der Supporter quasi hier auf dem Server. Das ist sehr schön. Der spielt mit, aber hat keinen YouTube-Kanal bzw. macht keine Videos dafür. Achso, ja, danke für die Stadttour. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zu meinem Haus, in Anführungsstrichen. Das ist einfach hier so ein Creeper-Loch. Und du hast einen Creeper. Ja, genau, danke schön. Wo mehrere Creeper explodiert sind, da wohne ich jetzt einfach drin. Und ja, aber jetzt noch das Highlight am Ganzen. Und zwar, das Highlight meines ganzen Grundstückes ist HDH. Helga, die Henne. Düm, 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 düm. Sag mal hallo, Helga. Hallo, 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 Helga. Die ist voll die Süße, ne? Die hab ich voll gefunden. Und dann dachte ich einfach, komm, nehm ich die mit. Die war so arm. Aber in der Sicht ist es ja HDH2, ne? Ja, das ist eine andere Geschichte. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann positive Wertung, ihr wisst Bescheid. Nein, das werdet ihr in der zweiten Folge erfahren, wieso das HDH 2.0 ist. Aber ich nenne sie trotzdem HDH. Helga, die Henne. Ja, ja, ist voll die Süße auf jeden Fall. Und mehr hab ich hier halt noch nicht gebaut. Das ist einfach mein ganzes Haus in Anführungsstrichen. Was ich hier bauen werd, hab ich mir so ein bisschen schon ausgemalt. Ich hab hier so Pläne. Wo ist der? Hier, Zombie. Töten. Attacke. Ich spiele außerdem mit dem Dandelion Texture Pack. Ich glaub, wie viele Schläge er aushält. Du killst die da. Ich spiele außerdem mit dem Dandelion Texture Pack, weil ich das halt immer für Vanillaprojekte oder halt Bauprojekte benutze. Weil ich das halt ziemlich cool finde. Und ja, in der ersten Folge wollte ich euch einfach mal so einen kleinen Überblick zeigen, weil halt die meisten von meinen Zuschauern halt nicht wissen, was Minos ist oder Minos. Deshalb, ja, ihr wisst jetzt, was es ist. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Projekt so findet. Und das wird halt einfach zusätzlich zu den ganzen PvP-Videos einfach auch ganz chillig kommen. Aber man darf hier aufnehmen und auch halt privat spielen. Und das find ich halt das Coole dran. Und hier ist so eine Christbaumkugel. Soll ich dir mal sagen, wie ich das Projekt finde? Echt? Auf YouTube einfach Minos eingeben. Oh mein Gott, es ist hier einen... Einfügen, Damon. Warte, schau mal kurz. Ich sag so, weißt du, wie ich das Projekt finde? Und du so, echt jetzt? Ja, ich war voll verplant. Die Bäume hier sind ja deine, ne? Michli ist ja außerdem mein Nachbar, wer es noch nicht gesehen hat. Ja, genau. Aber der Nachbar hat noch keine Fenster, ne? Deswegen bitte nicht allzu stalken. Ja, sorry. Sind es deine Bäume? Darf man die auch fällen? Ja, die darfst du auch fällen, aber wenn du die nachpflanzt, bitte. Ich möchte ja, das ist halt mein eigener Wald, den hab ich halt selber angepflanzt. Hier war nämlich gar nichts. Und mir hat halt jemand in die Kommentare geschrieben, ich soll mal so Spruce-Sets... Setz? ...Setzlinge finden und das muss ich dann erstmal machen. Und dann hab ich hier den Wald gegründet. Er gründet den Wald. Macht jeder, ne? Ich grunde auch immer einen Wald. So sieht's aus. Aber ich würde hier auf jeden Fall so eine schöne Nachbargrenze einfügen, weil so eine Mauer auch ein bisschen, weil ich weiß ja nicht. Ja, 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 ja. Wenn mir die Bitches ins Haus kommen, dass die dich nicht so sehen müssen. Dass die nichts bescheiden. Boah, halt. Ja, gut. Ich wollte gerade Holz fällen. Wieso renne ich immer weg? Ich kann mich einfach gar nicht konzentrieren. So, ich baue das jetzt ab und pflänze das natürlich nach, wenn das runtergefallen ist. Und damit wäre dann eigentlich auch schon die erste Folge Revue geschehen. Revue passiert. Oh, ich hab einen Apfel. Nam, 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 nam. So. Aber wie lange spielst du eigentlich schon? Ähm, ich spiele... Ich kann mal kurz hier in die Statistiken gucken. Aber normalerweise... Ich kann auch mal kurz meine zeigen. Also, dass ihr seht... Ich hab sechs Stunden oder... Ich spiele echt noch nicht lang. Ich spiele... Und ich bin seit Anfang an dabei, so. Ich bin schon vier Kilometer gelaufen. Ja, das lag wegen Helga. Ich bin sechs Kilometer da. Helga musste ich aus weiter Entfernung holen. Ja. Gut. Ähm, ich würde sagen, das war's eigentlich schon mit der ersten Folge. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das ganze Projekt findet. Lasst mal einen Daumen hoch für Helga da. Die freut sich da sicherlich drüber. Ihr seht schon, wie die smilten. Und... Richtig schlecht einfach. Und ja, ich freu mich auf jeden Fall mega auf das Projekt. Und ja, mehr hab ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Wir sind ja jetzt schon im Ferienmodus. Ähm, alle ganz chillig. Und ja. Gut, dann was ist jetzt mit der Folge Müsli? Wo bist du? Willst du noch irgendwas sagen? Ne, möchte ich nicht. So, dann würde ich sagen, was ist jetzt mit der Folge? Die Helga und ich wünschen euch noch einen schönen Tag. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Euer Damon Place und Helga die Henne. Habt ihr die gerade gehört? Süß.